Und damit herzlich willkommen zurück zum David Project. Heute mit dem Items als, äh, Director. Ich musste kurz gucken, wie das heißt. Naja, er ist noch ne Konnexierter nie mitmachen, deswegen ist vorgestern keine Fall gekommen. Ja, mein, mein Spiel hat gesponnen, ich muss neu installieren. Yeah, ich bin Kraut, Kraut Dingens. Wie nennt man das? Ähm, Star. So, auf geht's. Äh, holy fuck. Hallo? Ich bin nicht alleine auf dem Server. Da hinten, ein einzelner. Huh, das ist auch nicht so geil. So. Und dann meine Kiste mit drei Pfeilen. Sehr gut. Und ein, eine Couch. So, ich hoffe, der Sound funktioniert jetzt wieder richtig. Ähm. Oh, das letzte Mal wieder leichte Windows-Probleme nach einem Update. Das wird ja irgendwie gefühlt immer schlimmer. Aber da kann man nichts machen. Das ist halt, weil, leider Windows 10. Ähm, ja. Naja. Echt ärgerlich, die Scheiße. Langsam. Aber das gehört nur noch mal dazu, dass man sich darum kümmern muss. Aber wenn's wirklich nervig ist. Hotta! Hallo! Der hat doch noch nix. Wieso kämpft der schon? Okay, ist viel zu... Hier ist... Oh Gott, wie ist ich's tot. Hier ist viel los. Natürlich, ist natürlich Flüssi dabei. Ja, die Crew, wie immer. Das hab ich ganz vergessen zu erwähnen. Mhm. Die übel ich mir die letzte Mal halt auch. Ne. Ein bisschen mehr. Wir sind jetzt voll, glaub ich. Das ist cool. Stimmt, wir sind heute das erste Mal komplett voll. Ah. Ja. Hab ich ganz vergessen. Ach, das heißt, die sei richtig voll. So, der Items kämpft anscheinend noch ein bisschen mit der Steuerung vom Direktor. Mal auch keine Zone zu ist. Und apropos, hab ich ja grad gesagt, es sind jetzt zehn Leute. Was natürlich auch bedeutet, mehr Gegner. Okay. Ah. Otta, Chigo, hier sind ja alle. Genau in die Richtung. Da haben wir vorbeigelaufen. Ah. Chigo muss da auch irgendwo sein. Hab ihn gesehen. Aber Chigo ist auch noch irgendwo da. Ja, deswegen werde ich mich direkt einmischen. So. Boah, ich bin erschrocken. Der Early hat ein Man-Hand. Der Items hat natürlich direkt ein Man-Hand auf Early gehört. Hier, da hinten ist er. Ja. Und dann ist er. Ich bin auf morgen. Tschüss. Boah, ich bin jetzt! Ja. Links ist. Lass uns auf jeden Tag. Oh no! Wir haben Zeit, auferen dich. Da sind… Du bist. Die Zelle ist jetzt auf jeden Tag. so die wird schon angegriffen ich habe noch keinen super weit weg okay ich muss irgendwie hoch wunderkampf gegen ihn death by snowball was 6 players remaining Oh, did they click? A new electronic is available No request zone is about to be released Alex! Na, ich wollte doch gerade early handen und der Hotter ist auch da oben Ja, aber du kannst doch einfach den early handen, ist doch alles gut Na ja, jetzt ist er in der doofen Zone, das reicht nicht mehr von der Zeit her Ja, noch volles, fast volles Leben Echt? Ja, ja Ich sollte vielleicht mal anfangen, paar Zonen zu schließen, oder? Ja, schließ mal alles, was du kannst, damit die mehr in die zusammenkommen Aber ich glaube, du kannst doch noch eines schließen danach, oder? Ah, ich glaube, er ist schon wieder weg Die Sau Okay, das Elektronik bleibt dann wohl da hinten Du wolltest wohl eine Zone zu schließen haben Ja, ich bin schon raus Guck mal Alles gut Alles gut Also das ist noch eine Sehr schön, sehr schön Aber weißt du, was hier fehlt? Irgendwo ein Elektronik, oder? Oh, das ist gut Das hole ich mir Oh nein Daluu Ich weiß es gut Ach buckets Top Die W-w-w-w-w-w-w-w-w. B- outbreak Yeah ении ... ... Hallo Early. Weißt du, wo ich bin? Vor dir. Nein, Early haut ab. Das fand ich irgendwie lustig. Alex. Warte mal, ich kämpfe hier. Nein, ich bin doch hier mit Early beschäftigt. Early war hier gerade da, Lu. Wir müssen Early machen. Du hast Tracker-Pfeile, echt? Ja, ich will aber Early haben. Ich hau ab. Der ist da hinten. Ich hab den gerade fast gehabt. Hörst du mich? Ich glaube, er hört mich nicht. Scheiße. Das ist ja schade. Ich höre mir Early. Hörst du mich Early? Sehr gut. Daniel hat mich nicht gehört gerade. Der hat dich auch gejagt. Wie geht's denn da hinten so? Oh, scheiße. Ja, das habe ich gehört hinter mir. Danu, ich möchte Early haben. Scheiße, hier sind zu viele Leute. Items, mach was. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Das lässt du liegen. Jetzt hör doch auf, damit ich will doch Early machen. Ich glaube, er hört mich nicht. Der item ist ganz normal von Mitte. Doch, ich höre dich. Ich höre dich. Aber das gibt es hier nicht. Wie er mich geforst hat. So eine Scheiße, ey. Ich muss mal deine Leiche mitnehmen. Ja, du wirst jetzt tot gemacht von Early, weil du auf mich gegangen bist. Wir sind ja alle hier. Warte mal, wo ist er denn? Wir sehen uns gleich in der Mitte, würde ich sagen. Shot bekommen wir nicht sauer, McFly. Nun zieh ich die Ärger. Wieso fliegt denn der da vorne so? Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Schon wieder. Warte da hinten. Warum? Ah. Wieso verhinderst du, dass ich Early killen kann? Sein Early easy snack ist, ey. Den hole ich mir auch noch. Dreimal ist er abgehauen, ey. Hä, doch dich denn eigentlich? Ich bin hier. Oh shit. Da haben die geteamt, ey. Early und Dalu. Machen kaputt, Maxi. Die team. Ah. Ich glaube, dass das noch lange ein Problem ist. Oh. Leute. Oh, Feuer. Auf. Oh shit. Ich sehe nichts. Die Bäume. What the fuck? Das ist, ähm. Dalu spielt Volleyball. Das ist auch eine schöne Beschäftigung, gell? Ah. Danke fürs Feuer. Ist das kacke mit diesem scheiß Kälte-Teil. Aber ich brauche das auch, McFly. Deswegen. Wer kommt denn jetzt schon wieder? Dote eight. Dote eight. Machen wir die Sache mal interessant. Ich sammle die Pfeile. Aua. Das lebt Early auch noch, ne? Mhm. Da du Michael gehindert hast, ihn zu killen, lebt der auch noch. Und der wird auch gewinnen, wie es so aussieht. Ja, von der Zone her. Das heißt von der Zone her, ich bin doch auch hier. Der ist nicht da. Ja, aber wie soll er da gewinnen? Er macht den Trick mit der Zone in der Mitte, das kennst du doch, oder? Ja schon, aber was dann? Du bist jetzt der Einzige im Kampf auf jeden Fall. Ja. Also gut, kommt drauf an, ob ihr zusammentrefft. Ich zeig dir gleich was. Oh, der Schnee. Das ist schon unerfällig. Ist es eigentlich, oder? Ja. Das geht schon klar. Man sieht es nicht auf den ersten Blick. Ja. Was war das denn bitte? Entschuldigung. Konntest du schneller schießen, oder was? Nein, ich habe nur so schnell geschossen wie möglich. Okay, gut. Ich habe dir jemanden geschickt. Aber dann, oh, Frau, jetzt ist es hier. Ich habe nur noch einen HP. Erli, ich muss mich heilen. Erli, bitte. Lass mich heilen. Ich muss hier hoch. Ja, hat nicht funktioniert. Wäre er nicht das Electronic? Nee, das ist aber langweilig. Ich glaube, er hat schon zwei. Ja, aber echt, das ist ein drittes Electronic. Das ist doch voll gut. Ich weiß gar nicht, ob er zwei hat oder eins. Aber auf jeden Fall hat er schon eins. Warum nimmt er das denn nicht? Ich finde, das kann man sich ruhig gönnen. Ich glaube, er wird gerade an der Zone sterben. Ich glaube auch nicht. Shishigami nimmt Hypnats. Items. Items, bist du da? Ich veresse. Ja, er erfriert jetzt. Ja, Heidi, hast du was? Ich versuche noch eine Sache. Ich glaube nicht, dass ihm das noch hilft. Ah, doch. Ja, weil es verpennt. Ja, er verpennt. It's cold outside. Items, Heidi, go. Ja, ich bin tot. Ja, ich habe kein Holz mehr. Darf ich nicht. Ja, das war's. Schade. Geh, geh. Geh, geh. Scheiße. Ein geschenkter Sieg, ey. Nicht verdient. Ich habe nicht gesehen, dass die Zone schließt. Ich hab's nicht gesehen. Oh, Mann. Items, sehr gute Arbeit, ja. Eine sehr schicke Runde, die hier zu Ende gegangen ist. Lasst gerne ein Like. Und schau euch die sich dran. 6.000 Meter, wünscht gelaufen. Bis dahin macht's gut. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.